Ja, ich möchte hier als Pressesprecher des SKN St.Polten recht herzlich die Jungs von Post Vienna in der MV-Rena begrüßen. Wir werden heute mit unserer Kampfmannschaft einige Challenges machen und ich darf jetzt gleich das Wort an dich weitergeben, Benji. Danke, also heute ist hier der Philipp, der Tennis und der Teki und ja, wir sind bereit für diverse Challenges gegen SKN und dann sehen wir uns am Platz, Leute. Hier sind wir, Leute, gleich bei der ersten Challenge direkt von der Ecke ins Tor treffen. Viel Spaß! Ich glaube, ich spreche mir hier ab, oder? So, ja, ich glaube, wir sind jetzt auch in der Mitte. Oh, Mann! Ah! Na, guck doch! Ja! 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 Ja, 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 ja! Ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Das ist die beste Betrachtung! Wir haben gerade die Eckball-Challenge gemacht und die nächste Challenge ist das Elfmeterschießen. Jetzt ist wieder einer von uns, einer von denen und immer abwechslend. Schaut es euch an! Das Elfmeterschießen! Das Elfmeterschießen! Das Elfmeterschießen! Das Elfmeterschießen! Das Elfmeterschießen! Das Elfmeterschießen! Wir singen gar nicht! Das Elfmeterschießen! Wirklich spaßbar mit euch Jungs vom Post-Vienna. Man hat wieder gesehen, dass ihr mal hinschnuppern müsst. Spaß! Wie gesagt, eine super Idee. Es hat uns wahnsinnig gefreut, dass ihr da wart. Danke noch einmal! Danke für die Einladung! Danke Adidas! Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag! Oder was soll ich sagen? Komm! Danke schön! Vielen Dank. Tschau! 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 Tschau!